Da oben geht es schon wieder weiter. Also im Prinzip geht es ja wirklich darum, einen Sackgassen zu finden. Da hinten weiß ich ja schon, wie ich da rauskommen muss. Das ist eigentlich... Ich finde die Höhle eigentlich voll cool, muss ich sagen. Ich finde die Höhle eigentlich echt genial. So, kommen wir hier hoch. Da, da. Und dann mache ich hier wieder eine Fackel hin. Okay, und dann ist da auch Ende Gelände. Aber da oben nicht. So. Also wie gesagt, ich finde die Höhle an und für sich total genial. Die gefällt mir echt gut. Sie zieht sich halt. Aber auf der anderen Seite ist das voll der Reiz. Aber ich bin halt immer noch nicht tief genug, weil ich ja eigentlich... So. Machen wir hier nochmal eine Fackel hin. Okay, sechs. Also, dann wäre das so. Dann wäre das so. Voll witzig, dass es hier Erde gibt. Zack. Und dann würde ich vielleicht mal sagen... Ach komm, machen wir hier eine Fackel hin. So, und dann würde ich hier mal die Erde abtragen. Was ich halt sagen wollte, ist, diese... Ähm... Diese Höhle ist einfach echt gigantisch. So... So... Oh... 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 Zack und zack. So... 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 Und was ich hier eigentlich machen wollte... Ich wollte ja eigentlich richtig tief in den Berg... damit ich mir... Ähm... Möglichst viel... Mies abarbeiten kann. Deswegen habe ich die Treppe ja ursprünglich gebaut. Na... Okay... Auch nicht schlecht. Dann kommst du mal da hin. Und du wieder da. Und dann machen wir dich nochmal weg. Und dich. Und dich. Super. Da hinten ja noch Kohle. Jetzt setzen wir aber erstmal eine Fackel hierher. Und da. Okay, darum geht's auch schon wieder weiter. Äh... Ich sollte vielleicht wieder was essen. So... Eigentlich wollte ich die Fackel hier nehmen. Und... Da halt Licht machen. Licht ins Dunkel bringen. Genau. Äh... Nein, 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 nein. Okay. Okay, hier ist auch schon wieder Sackgasse. Das ist schon fast gut. Also... Ähm... Eigentlich nein. Eigentlich will ich halt viel mehr Ressourcen haben. Aber eigentlich will ich... Äh... Nicht so mass... Das war eigentlich doof, da eine Fackel hinzustellen. Eigentlich will ich halt nicht so endlos... Immer rumwurschteln. So, ich könnte... Darüber. Ich finde halt das Faszinierende, dass ich halt mich... Eigentlich will ich tiefer. Aber ich arbeite nämlich immer weiter nach oben. Und da müsste ich ja da rüber kommen eigentlich. Ah, da ist ja auch noch eine. Heieiei... Jetzt ist ja langsam mal gut. Und... Gerade habe ich mich drüber beschwert, dass ich zu wenig Ressourcen bekomme. Und jetzt reg ich mich auf, dass ich zu viele habe. Ne... Es ist halt so ein bisschen... Momentan... So zwei Herzen in meiner Brust. Momentan... Ich will die Höhle erkunden und das Ende erreichen. Wobei ich nicht weiß, ob diese Höhle überhaupt ein Ende hat. Ganz ehrlich. Und... Die andere Sache ist, ich möchte natürlich Ressourcen haben. Also eigentlich möchte ich halt tief nach unten kommen, damit ich mies Ressourcen bekomme. Oder wie auch immer man den Scheiß ausspricht. So... Machen wir mal hier die Fackel hin, ne? Bam. Und da noch weg. Und da noch weg. So... Dann können wir einen hoch. Noch einen hoch. Dann geht es darüber. Darüber. Da einen hoch. Da einen hoch. Da einen hoch. Da einen hoch. Darüber. 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 Super. So... Da einen hoch. Da einen hoch. Jetzt würde ich mal gerne gucken. Okay, ich komme von da. Das heißt, ich muss da rein. Da rein. Da einen hoch. 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 So. Und dann würde ich hier vielleicht mal wieder eine Fackel hinsetzen wollen. Und dann gehen wir vielleicht mal in diese Richtung. So. Wenn das jetzt ja quasi der Stand ist. Das ist ja auch in Ordnung hier. Ah. Shatter. Juhu. Ich habe ja noch gar keinen. Ähm. So. Dann würde ich hier mal sagen. 4. Jo. Und. Sehen wir hier oben. Okay. Shatterfeld. Kann man da irgendwas sehen? Nö. So. Ah. Da waren wir da. Da würde ich vielleicht. Nö. Ist egal. Fallen wir halt. Okay. Gut. Setz mal vielleicht. Ah. Geht nicht wegen. Und dann. Setz mal deine Fackel hin. Und. Da kommt die Fackel hin. Und da kommt die Fackel hin. Gut. Das heißt, hier können wir das Zeug auch weg machen. Und da können wir das Zeug weg machen. Und da. Und da. Und da. und da so dann haben wir hier eigentlich auch alles schon wieder hier hinten zumindest also der Bereich hier ist ausgebeutet geht es dann noch nach weiter oben so dann würde ich den Schotter hier jetzt eigentlich mal einsacken ich muss echt mal gucken, ob ich eine Mod finde, die automatisch mir das kaputtgehende Werkzeug entweder nochmal herstellt so, wir setzen hier mal eine Fackel hin einfach damit wir nicht so im Dunkeln arbeiten müssen oder einfach aus bereits hergestellten Werkzeug einfach nochmal welche ins Inventar übernimmt oder in die aktive Auswahl das können wir ja eigentlich das können wir ja eigentlich noch in der Aussicht oder Auswahl selber zusammen gemeinsam suchen so so So, jetzt können wir ja eigentlich mal gucken, wie tief das da reingeht. Gar nicht so. Okay, dahinter wäre noch einer. Und dann wäre es auch schon wieder rum. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, Schotter haben wir eigentlich genug jetzt erstmal. Nicht, dass ich groß traurig wäre, wenn wir mehr Schotter kriegen. Gerade, weil Steine haben wir ja noch viel mehr als Schotter. Und Schotter kann man ja für Wege nutzen. Ich bin eh am überlegen, ob ich nicht versuche, mir einen Weg zu dieser Höhle zu legen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd, weil wir dann einfach viel schneller bei der Höhle wären und wir dann nicht so endlos suchen müssen, wie wir es zuletzt getan haben. So, okay. Dann schnappen wir hier nochmal eine 4. Seht da oben irgendwelche Ressourcen rumfahren? Nö. Also, das heißt, da waren wir. Ja, da sind wir fertig. Hier, den Bereich haben wir fertig. So, da ging es sonst auch nirgends mehr hin. Dann können wir hier wieder runter, da sind wir ja hochgekommen. Wir haben angefangen mit Abarbeiten, wenn ich das richtig erinnere. Aber halt eben nur angefangen. Da unten ist noch ganz viel Kohle, aber da unten ist ja auch noch der Hauptgang. Und hier ist eigentlich auch so ein Hauptgang. Also da geht es auch zum Hauptgang zurück, würde ich behaupten. Allerdings haben wir da halt noch nicht den da. So. Jo. Und der andere war hier, ne. Das heißt, da oben waren wir schon. Das haben wir alle schon erledigt. Dann nehmen wir dich nochmal mit. Inklusive dir. Können wir ja die Fackel wieder hier hinhauen. Und dann würde ich den noch mitnehmen. Und den noch. Zum gucken, ob dahinter noch was ist. Nö. Und den, weil es dann schöner aussieht. Gut. Dann waren wir da oben auch. Und hier unten waren wir ja auch irgendwo, oder? So. So. Den Erdklumpen da hinten, den müssen wir uns merken. Weil das quasi unser Ausgang aus dieser Teilhöhle ist. So. Dann machen wir hier mal die Barriere weg. 1, 2, 3. 1, 2. Jo, das können wir so machen. Das ist ja auch halb so wild. Ich bin eigentlich ganz froh, muss ich sagen. Oh, da oben geht es ja auch noch rein. Dass in meinen Tests kein Statik-Ding vorhanden ist. Ich meine, okay, bei Dings, aber. So, warte mal. Können wir ja hier mal sagen. Zack und Zack. Und dann wäre das hier. Zack und Zack. Theoretisch kann ich sogar sagen. Zack und Zack und Zack und Zack. Zack. Und Zack. So. Machen wir dich nochmal weg. Schnappen wir dich nochmal. Und vielleicht noch einen. Genau. So. Dann wäre das die Geschichte. Vielleicht. Naja. Bei ihm. Aber irgendwie funktioniert es nicht so, dass dem hier die Monster irgendwie Schaden machen. Keine Ahnung. Er macht zwar immer bumm bumm bumm, aber Schaden ist nicht. So. Und Licht. Zack. Zack. Ui. Okay, hier ist Sackgasse. Da unten geht es nach da drüben. Alles klar. Aber hier geht es noch rein. Da mache ich mir jetzt auch einen Weg darüber. Und dann wäre das ja hier so. So. Und dann haben wir hier noch Kohle bis zum Abwinken. Zack. Zack. Und dann hier rüber. Zack. Zack. Und dann geht es da noch lang. Und hier rüber und darüber. Und dich machen wir auch noch weg. So. Und dann hätten wir hier wieder eine Fackel. Hihi. Ja, schade. Machen wir erstmal hier eine Fackel hin. Damit wir Licht haben. Und dann machen wir hier eine Fackel hin, damit wir Licht haben. Machen wir mal hier eine Fackel hin. Okay. Okay. Alles klar. So. Okay. Dann wären wir da. Also da. Ja.